Morgen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute tun wir mal hier die gekauften Zucchinis vereinzeln und wie ich das mache zeige ich euch. Hier in der Schale, das ist dann schon Blumerde, weil wenn ich das jetzt hier vereinzelt und das Video drehe, haben wir Ende April. Wenn ihr das seht, ist es schon Anfang Mai und da können wir dann schon die nährstoffreichere Erde verwenden, dass die Pflanzen noch mal ein bisschen Schub kriegen. Genau. Ich nehme die jetzt hier aus dem Topf und wie ihr seht, das ist schon sehr gut durchwurzelt und wenn die Pflanzen noch kleiner wären als die, würde ich das nicht machen, weil dann ist, wie das in den Lehrbüchern oft erklärt wird oder Gartenbüchern, dass du da zu viel Wurzeln kaputt machst. Aber so in diesem Stadium, wo schon die ersten größeren und auch kleineren, frischen Blätter da sind, geht das ganz gut, wenn du das mit ein bisschen Feingefühl auseinander frimmelst. So, dann nehme ich wieder hier diese Topfgröße, wie wo die sofort drin waren, mache da erstmal unten ein bisschen Blumerde rein, nehme dann die Pflanze und gucke, wie das von der Höhe her passt. Und fülle dann den Rest mit der Hand bzw. später dann habe ich einen Topf genommen, weil sich das schöner schütten lässt, mit Blumerde auf. Wichtig ist da, dass ihr das nicht bis zu den Keimblättern hoch zuschüttet, dann habt ihr eine erhöhte Gefahr von Fäulnis und Schimmel. Außerdem tun meines Wissens die Kürbisgewächse nämlich auch nicht wie Tomaten da noch extra Wurzeln bilden, also das wäre kontraproduktiv, wenn ihr die bis zu den Keimblättern in Erde hineinsetzt. Also lasst das lieber. Da habe ich jetzt mich dann umentschieden und habe erst die Pflanze hineingesetzt, dass ich sehe, wie das mit der Höhe passt und habe dann die Erde aufgefüllt und nehme da jetzt hier diesen Blumentopf. Genau. Dann immer nach dem Schütten schön andrücken, die Pflanze aber vorsichtig festhalten. Auch bei diesen recht dicken Stämmchen schon kann das schnell mal gehen, dass es knack geht und dann war das mal eine Pflanze. Ja, und wenn ihr das so gemacht habt, wie ich euch das erklärt habe, sieht das dann so aus. Und die stehen dann jetzt noch bei mir bis Mitte Mai, wenn nicht sogar, wenn das Wetter dann noch mal schlecht ist, noch ein kleines bisschen länger. Erstmal hier im Warmen und kommen dann raus ins Beet. Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst die Glocke läuten und hier an der Seite seht ihr dann noch Video-Vorschläge. Könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zusagen.